Wenn die rote Lampe leuchtet, fang ich an. Hallo Henry, alter Sack, du guck ich. Bin ganz nüchtern, bin nicht mehr so. Kaffeesaugen, Kaffeesaugen. Also Cottbus, gell, sind sie in Cottbus oder wie heißt das Dorf? Tortbus. Tortbus mit Tee, also ey. Tortbus, wir grüßen alle Tortbus. Alle tun mir grüße, dein alter, alter Freund, mal. Wenn ich auch so ein 71 bin, mein Blut ist noch frisch und jung. Ich grüße euch alle, feiert schön Fasching, macht alles, was wir nicht machen. Macht alles. Also ey, Henry, mach's gut, gell. Schöne Grüße in den Klimperkasten. Klimperkasten, ja, das ist ganz wichtig. Es wird immer was geklimpert. Auch ich hab's schon gehört mit dem Pferd hin am Tee, gell. Hab ich alles gehört. Es war kein Pony. Nee, es war ein Pferd beim Henry. Also tschüss Henry, gell, bis bald, mach's gut. Tschüss, dann freut Mario und Claudia. Tschüss. Gott beschaut. Ich bin ein Pferd hin. Untertitelung. BR 2018 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 Schöne Grüße in Schwarzwald an die... Wow! Ja! Ihr macht das richtig! Hallo! Schöne Grüße an die Klimperkasse im Schwarzwald. Ich wurde auch schon durch habe 20 Jahre im Schwarzwald geworden. Viele Grüße an euch! Hallo in der Klimperkasse! Tschüss! Ganz liebe Grüße an den Klimperkasse im Schwarzwald von Alex Enkel. Wir sind hier gerade auf Gran Canaria im Golden Commons. Euer Hut ist natürlich auch mit dabei. chalkios, schreie an die Klimperkasse im Schwarzwald von Alex Enkel. Ja! Ich frage dich umscher! Ich frage dich ein Schwarzwald von Alex Enkel! Prenschung, Schreie!